Grüß euch, ich bin's wieder, ich bin Bernhard. Und heute gibt's wieder ein Video-Tagebuch mit dem Christian Einsteller. Und was habe ich den Wochenendag? Ah genau, am Freitag bin ich zu meinen Elternheim gefahren. Und da wollte ich eigentlich mit allen Rollstuhl fahren, will ich mit meinen allen Rollstuhl fahren. Nur daheim, das hat mich auch nicht gefreut, weil sonst kriegen Leichen nicht so viele Kilometer. Und wahrscheinlich wird das von der Osterwoche. Ah genau, am nächsten Tag kommt der Oster. Also hoffe ich bringt dem ja auch was. Und wie verbringt's eigentlich Oster? Schreibt's mir mal bitte in die Kommentare. Und heute ist ein ehemaliger Warthskollektor, der mich viel freut. Aber der ist gerade drinnen. Der muss ich sagen, ihr sollt auf meinen Videokanal schauen. Dann könnt ihr mich abonnieren und dann seht ihr jeden Tag ein Video von mir sehen. Das muss ich dann gleich tun. Und was sollt ihr euch noch? Einen schönen Tag. Aber heute geht der Wien schon recht, dass euch nicht verblastet, dass euch nicht verblastet haben. Wenn mich dann schon mal verblasen. Aber wie ihr seht, habe ich überlebt. es wird euch nicht verblasen. Und das ist ein ZDF-Erimen. Please, mögen uns!